Weiter geht's bei Empire for Kingdoms. Erstmal danke für das Feedback beim ersten Video. Wie gesagt, wir geben ganz meine Chance. Mit den schwarzen Balken ist es schwer anders umsetzbar, weil das iPhone einfach eine eigene Auflösung hat. Und ja, wir spielen das Spiel im Hochformat und YouTube bietet halt nur 27p, also alles im Querformat an. Das werde ich also nicht anders gefixt bekommen. Auch beim iPad ist es im Hochformat. Da sähe es dann am Ende noch übler aus. Wer die App noch nicht hat und mich unterstützen will, kann das Ganze über den Link unten in der Beschreibung downloaden. Da könnt ihr die App ausprobieren. Ich habe ein bisschen was von und wir haben alle was davon. Ich habe das Ganze bis Level 5 weitergespielt. Einfach der Hintergedanke der, dass ich mir einen Account erstellen kann. Das geht dann hier über die Einstellungen. Das Spielerkonto kann man hier wechseln bzw. sich mit einem verbinden. Und so konnte ich das Ganze dann auch gleich auf mein iPad rüberholen, wenn ich da mal spielen möchte. Jetzt schicken wir als erstes doch gleich mal unseren Steuereintreiber Boy wieder los. Und das würde ich sagen, heute lassen wir ihn mal den ganzen Tag aktiv sein und schicken ihn für 6 Stunden los. Und dann schauen wir gleich mal in unser Questbuch rein, was hier an neuen Quests geboten ist. Zeit für Aufschwung. Wir bauen hier einen Steinbruch, 2 Stück. Das heißt, wir bauen hier gleich noch den zweiten hin. Den ersten haben wir ja schon. Und den setzen wir hier hin. Der braucht auch nur ein paar Sekunden. Und dann schauen wir uns gleich die zweite Quest an. Der ewige Wettlauf. Hier brauchen wir Burgflächenerweiterung, 4 von 4 haben wir. Und einen Turm müssen wir noch ausbauen. Das können wir dann gleich hier machen, wenn es fertig ist. Hier oben sehen wir aktuell den Status, mal ein brennreicher Play. Wir haben noch einen Schutzmodus, offenes Tor gibt es. Man kann hier auch ziemlich cool ganz individuell sein Wappen gestalten. Ich habe da erst mal so ein zufälliges gemacht. Das heißt, das können wir jetzt in dem Fall auch einfach mal so lassen. Ich habe mich auch schon erkundigt, beziehungsweise ein bisschen durchs Menü geknückt bezüglich einer Allianz. Hier kann man natürlich ganz klassisch einer beitreten. Wir wollen aber natürlich auf Langsicht eine eigene. Die kostet 375 Diamanten. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich habe jetzt gerade 370. Also da ist es bald soweit. Jetzt haben wir gerade 60 Rubini, heißt sie, hier bekommen. Mit dem Level Up. Einmaliges Sonnenangebot. Brauchen wir in diesem Fall nicht. Da lassen wir uns kein Geld aus der Tasche ziehen. Und eure Wächst und Gedeihung Quest erfüllt. Perfekt. Und dann können wir uns auch gleich wieder zur Quest rüber. Wir haben jetzt riesigen Nachschub bekommen. Und wir waren jetzt hier gerade bei der ewige Wettlauf. Genau. Da tun wir den Turm auch noch ausbauen. Das würde 10 Minuten dauern. Dann schauen wir lieber mal noch, was wir in anderen Quests. Die Großbaustelle. Holzfäller auf Stufe 2 ausbauen. Da schauen wir mal, wo unsere Holzfäller sind. Steinbruch haben wir hier. Und hier haben wir unser Wohnhaus. Das heißt, da haben wir unseren Holzfäller. Und der ist auf Stufe 2. Und wir brauchen in diesem Fall dann nochmal einen auf Stufe 2. Das heißt, wir müssen erstmal nochmal generell eine Holzfällerhütte bauen. Setzen wir einfach mal hier hin. Und die ist ja dann auch gleich fertig. Du bist der Größte. Münzen gespendet. Ja, das machen wir doch einfach mal jetzt. Perfekt. Nicht kleckern, klotzen. Farmhaus auf Stufe 2 ausbauen. Da brauchen wir auch zwei Stück hier bewerten. Kommt noch zu früh. Die Quest haben wir erfüllt. Und hier, wenn wir das Farmhaus ausbauen möchten, dauert das 1,49. Das heißt, damit können wir auch noch kurz warten. Schauen wir uns mal gleich noch die nächste Quest an. Eine einzige Baustelle. Steinbruch auf Stufe 2 aufbauen. Okay. Dann warten wir es eben hier mal, bis unsere erste Holzfällerhütte wieder da ist. Da haben wir sie. Auf Level 1. Und die müsste man auf Level 2 aufbauen. Das können wir gleich hier direkt mal starten. Jetzt sehen wir hier, dass sich hier außen einiges ansammelt. Hier haben wir einmal eine Schatztruhe gefunden mit Gold und Holz. Sehr, sehr nice. Hier haben wir ein Sonderangebot. Edler Burka. Seid ihr interessiert in einem einzigartigen Sammlerstück für eure Burka? Ihr habt die einmalige Chance, diese besonderen Dekorationen zu bekommen. Ich schenke es euch, wenn ihr in einem beliebigen Betrag Rubine kauft. Ah, okay. Ne, wir wollen keine Rubine. Als nächstes haben wir hier einen fahrenden Händler. Bei mir gibt es die feinsten Waren im ganzen Königreich. Aber also, ich bleibe nur nie für lange Zeit am gleichen Ort. Zeitlich limitiert. Schauen wir mal, wie die sich zusammensetzen. Also, wenn ich zum Beispiel auf das hier drauf tippe. Ah, okay. Da kann man sich dann mit den Rubinen kaufen und gibt dann immer so eine kleine Überraschungskiste mit dabei. Aber das machen wir uns erstmal auch nicht. Was haben wir hier noch? Wettstreit der Adligen. Edler Burka. Der Adel sehnt sich nach Abwechslung vor. Von den ewig währenden Kleinkriegen im Imperium. Seid zu gut und erfreit uns mit der Füllung dieser unterhaltsamen Aufragung. Es soll nicht zu eurem Schaden sein. Wege zum Rum. Für den Burka mit den meisten Adelspunkten. Für die 20 Burka mit den meisten Adelspunkten sammelt. Rumpunkt im Kampf gegen andere Burka. Und je größer die Schlacht ist, desto mehr Rumpunkte haltet ihr. Anforderung. Punkt. Okay. Das ist dann so eine Art Wettbewerb. Da kann man sich auch die Statistiken anschauen. Und dann haben wir hier nochmal einen Waffenschmied. Die Schmied sind die mächtigsten. Belagung soll zu dem ganzen Königreich Schlag zu. Und seht euch einen Kampfforteil, ehe ich weitergezogen bin. Okay, auch hier so ein kleiner Shop, wo man auch in dem Fall mit Gold kaufen kann. Also das ist wirklich ganz cool gemacht. Wirklich so eine richtig kleine Zivilisation. Was wir uns mal anschauen können, ist jetzt zum Beispiel die Weltkarte. Da waren wir ja das letzte Mal es noch nicht. Hier sehen wir, wie die aussehen. Hier aktuell meine Befestung. Außenrum gibt es halt andere Festpunkte. Kann sie besuchen. Spielerinfo angreifen. Gehen wir auf die Spielerinfo zum Beispiel. Da kann man sich hier auch die Koordinaten dergleichen anzeigen lassen. Sieht das Wappen. Kann eine Nachricht schreiben. Ihr habt keinen Marktplatz, den müssen wir noch bauen. Okay. Also da gibt es wirklich richtig viel, was man unternehmen kann. Und wir haben jetzt die nächste Quest erfüllt. Einwandfrei. Und schauen wir mal, was wir jetzt als Bestes, als nächstes machen. Wenn ich kläre, das wäre Farmhausstufe 2. Da haben wir noch keins. Eine einzige Baustelle haben wir auch noch keins. Aber hier brauchen wir nur einen Turm. Das heißt, wir bauen jetzt diesen Turm aus. Und schauen wir sonst noch. Ja, wir können eigentlich von fast allem mittlerweile wieder was bauen. Da ist also einem relativ wenig Grenzen gesetzt. Und man kann hier wirklich richtig loslegen. Gehen wir mal zum Beispiel auf die Burgmauer. Level 2 von 4, 3 von 4, 4 von 4. Kann man sich hier gleich die jeweiligen Infos zu holen. Ausbauen kann man momentan nur für Rubine. Und wir können dann zum Beispiel auch ins Militär nochmal. Und können rekrutieren. Dann können wir nochmal ein paar Einheiten herbeiholen. Das läuft auch. Armbrustschütze haben wir noch keinen. Und da sehen wir unsere aktuellen Einheitenübersicht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal ins Militär reingehen, bei den Werkzeugen kann man auch nochmal. Ja, da haben wir noch jeweils. Und für die Verteidigung. Da haben wir das letzte Mal auch schon reingeschaut. Kann man eben aufstellen, wie das Ganze ist. Kann sich hier schön durch die einzelnen Bereiche durchklicken. Sieht dann oben immer, was für Einheiten da jeweils sind. Über das Fragezeichen kann ich mir auch hier nochmal schön eine Erklärung holen. Gerade am Anfang, ja, ist das Ganze wirklich recht perplex und komplex. Aber da kann man sich wirklich gut zurechtfinden. Dann sichert eure Burg. Wer den Frieden will, muss auf Krieg rüsten. Baut Turm Stufe 1, 4 von 8 haben wir. Also da dürfen wir nachher gleich noch ein paar aufbauen. Und ich würde sagen, wir können vielleicht jetzt mal noch einen Angriff starten. Beziehungsweise wenn wir auf Burg auswählen gehen. Hier sehen wir unsere aktuelle, das große Imperium. Mit den Koordinaten. Und ganz oben Karte der Königreiche. Reichst in Neuköllnigreich. Die fördert neue Rohstoffe, rekrutiert neue Krieger. Hier verfügbar ab Level 25. Okay, also da haben wir dann wirklich auch noch einiges vor uns. Man sieht hier neue Königreiche bereisen. Wirklich auch richtig cool. Aber wir gehen jetzt nochmal zurück und schauen auf die klassische Karte. Und wagen dann vielleicht schon mal einen Angriff. Jetzt schauen wir uns einfach hier nochmal die Festung an. Was die so zu bieten hat. Die Burg besuchen. Kommen wir einfach mal drauf. Und die City ist insoweit nicht gerade viel weiter aus als unsere. Achtung, wenn ihr einen Angriff startet, erlischt euer Angriffsschutz. Okay. Das machen wir dann noch nicht. Das ist eben am Anfang, wenn man neu im Spiel ist, dass man dann so die Option hat, ja dementsprechend in Ruhe seine Festung noch ein bisschen aufzubauen, bevor der Angriffsschutz erlischt. Und ich vermute mal, das ist die Friedenstaube hier. Genau der Schutzmodus. Das heißt, es läuft bei uns noch 11 Stunden, wo wir dann in Ruhe noch unsere Festung weiter ausbauen und optimieren können, bevor es dann richtig losgeht. Ein Farmhaus. Und das brauchen wir auf Stufe 2. Und das ist Stufe 1. Das können wir dann gleich mal hier den Ausbau starten. Das läuft auch. Perfekt. Da brauchen wir dann nachher nochmal eins. Und dann haben wir hier eben noch, wo wir noch Steinbruch auf Stufe 2 brauchen und noch ein paar Türme ausbauen. Und da, sehr, sehr nice, sehe ich gerade, gibt es dann auch wieder 20 Rubine als Belohnung. Aber das ist auch ähnlich wie bei Shadow Kings hier der Mix. Und ihr seht hier, das ist die hier, bauen dann hauptsächlich auf Erfahrungspunkte und Rohstoffe, was ihr bekommt. Da haben wir dann eben immer das XP-Zeichen vorne dran. Und sobald eine Rubin vorne dran ist, gibt es hier Gold und Rubine. Habe unter einem Shadow Kings Video als Tipp von einem gelesen, man sollte sich erstmal nur an die Quests wenden, die eben Rubine bzw. halt wertvolle Sachen geben. Aber ich gehe es insoweit erstmal vor, dass ich alles abarbeite. Aber auf lange Sicht wird sich natürlich zeigen, was sinnvoller ist. Das war es zur heutigen Folge Empire for Kingdoms. Ich finde es wirklich weiterhin richtig cool. Und wie gesagt, sobald eine eigene Allianz gegründet ist, könnte ich natürlich gerne beitreten. Beziehungsweise, das könnten wir eigentlich gleich jetzt noch machen. Wir haben ja erst genug von allem. Genau, Allianz-Name. Schauen wir mal, ob wir da Brennerchen oder Brennerchen-Plays oder Brennerchen-Play. Ja, machen wir Brennerchen-Play. Und offizielle Allianz von Brennerchen-Plays. Alles sind herzlich willkommen. Und das gilt in dem Zuge auch dann an euch. Ihr könnt da wirklich gerne beitreten. Brennerchen-Play heißt es in dem Fall, wie gesagt, mehr Platzhammer. Leider nicht. Aber das ist jetzt nicht weiter tragisch. Und ja, wir haben 375 Rubine, haben genug Gold, haben genug Stein, haben genug Holz. Fragezeichen gibt es hier. Wenn ihr einen Allianz-Gründer habt, müsst ihr einen Namen und eine Beschreibung vergeben. Den Namen könnt ihr später noch einmal für Rubine ändern. Dann, okay. Nee, Brennerchen-Play passt. Das S kommt halt nicht mehr hin, aber das können wir nicht ändern. Und dann bestätigen wir das Ganze mal. In der Allianz gibt es manchmal keine Ankündigung. Diese können von Anführungen, Generälen und Feldwebeln hinzugefügt werden. Wir sehen hier den Allianz-Level. Ruhmpunkte bis zum nächsten Level. Belohnungen für das Erreichen, okay. Immer wenn ein Mitglied der Allianz Ruhmpunkte verdient, gehen die auch automatisch an die Allianz. Mit genügend Ruhm kann die Allianz im Level aufsteigen und bekommt Belohnungen. Rohstoffe, Münze und Rubine. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Jedoch verliert die Allianz jeden Tag 0,5% ihrer Ruhmpunkte. Okay. Da haben wir dann also unsere Allianz. Können wir uns hier oben durchtippen. Die Allianz hat einen neuen Anführer. Ein neues Mitglied. Hier sehen wir Mitglieder. Also da könnt ihr wirklich gerne beitreten. Allianz, klasse. Aktuell. Mitglieder kann man Mitgliederzahlen erhöhen. Erhöht die Anzahl der möglichen Mitglieder in dieser Allianz. Brauchen wir erstmal nicht. 15 reicht. Allianzen mit Bündnis. Allianzen mit Nicht-Angriffspakt. Allianzen im Kriegszustand. Also da gibt es wirklich richtig, richtig viele Möglichkeiten. Finde ich echt cool. Also gerne Brennchenplay. Meine Allianz beitreten. Habe ich jetzt hier für teure Rubine gegründet. Und ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Wenn ihr die App noch nicht habt, wie gesagt, ich habe im Link die Beschreibung, wo ihr es hier gleich runterladen könnt. Ich freue mich natürlich wie immer über Daumen hoch. Abo gefällt mir. Auf Facebook-Brennerchen. Blaze könnt ihr mir natürlich gerne folgen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.